Drei Tage vor Heiligabend ereignete sich in Götz gestern ein dramatischer Unfall. Drei Jugendliche waren gegen 17 Uhr laut Polizei im Gleisbereich des Bahnhofes mit ihren Rädern unterwegs, als einer von ihnen von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde. Der junge Mann war sofort tot. Mit Stand Dienstag um 8.30 Uhr konnte er noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden, daher habe auch noch keine Information von Angehörigen stattgefunden, so ein Polizeisprecher. Kriminaltechniker untersuchten am Abend ausführlich die Unfallstelle. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei war vor Ort. Die beiden Bekannten des Verunglückten wurden seelsorgerisch betreut. Der beteiligte Regionalzug war mit 200 Personen besetzt. Nach bisherigen Informationen wurde von den Fahrgästen niemand verletzt.